Der Nass-Trockensauger Steinbock Inox mit Kippfahrgestell ist der ideale Helfer für komfortable Nass- und Trockenreinigung in Industrie und Gewerbe. Aufsaugen von trockenem und nassen Schmutz ist mit diesem Gerät im Handumdrehen erledigt. Der 3,50 Meter lange Saugschlauch lässt viel Spielraum bei allen Reinigungsarbeiten. Auf den zwei Lenk- und Bockrollen fahren Sie den Industriesauger leicht und wendig zu jedem Einsatzort. Sein hochwertiger Edelstahlbehälter und der schlagfeste Motorkopf machen den Industriesauger robust und zuverlässig. Die energieeffizienten Bypass-Saugturbinen machen das Gerät besonders leistungsstark. Bei mehrmotorigen Modellen können die Turbinen einzeln zugeschaltet werden. Den kuppelförmigen Gehäusekopf können Sie über zwei Einrasttagen ganz einfach abnehmen, um Behälter und Technik schnell und unkompliziert zu reinigen. Im Inneren des Gerätes befindet sich ein oberflächenvergüteter Euronormfilter aus Polyester-Nadelfilz. Zum Aufsaugen von trockenem Schmutz benötigen Sie nur einen Staubbeutel. Ist dieser voll, kann er einfach entsorgt werden. Beim Aufsaugen von Flüssigkeiten gelangt das Sauggut direkt in den korrosionsbeständigen Edelstahlbehälter. Ein Schwimmventil sorgt dafür, dass der Saugluftstrom rechtzeitig abgeschaltet wird. Müssen nach dem Saugen Flüssigkeiten und schwere Sauggut entleert werden, kommt das Kippfahrgestell zum Einsatz. Durch das einfache Handling wird die Reinigungsarbeit im Betrieb schnell und komfortabel. Wahlweise ist in das Gerät eine externe Steckdose mit Einschaltautomatik integriert. Wenn Sie also schmutzintensive Handwerksarbeiten ausführen, können Sie den Staub direkt absaugen. Das spart Zeit und macht Ihre Arbeit effizienter. Eine 5 cm breite Fugendüse gehört zum mitgelieferten Zubehör. Damit reinigen Sie auch schwer zugängliche Flächen spielend leicht. Mit seinem komfortablen Gesamtpaket ist der Untertitelung des ZDF für funk, 2017.